Würdest du die Leiter bitte runterklettern? Das wäre nett. Ich habe noch nicht ganz rausgefunden. Was hat der jetzt gemacht? Wieso? Nein, du sollst nicht wieder raus. Du sollst einfach nur die Leiter runter. Wieso geht das nicht? Warum geht der die Leiter nicht runter? Nee, so nicht. Aha. Hat ein bisschen gedauert, aber wir haben es trotzdem noch geschafft. Okay, wo sind wir hier gelandet? Treten wir einfach mal die Tür auf. Und... Ach du Schande! Oh! Boah, die habe ich viel zu spät gesehen. Da wäre es beinahe wieder passiert, aber ich habe es doch recht passabel gelöst, oder? Okay, dann klettern wir mal die Leiter hoch. Schauen wir mal, was uns noch alles erwarten wird. Obwohl, wenn ich ehrlich bin, hier sieht es auch nicht gerade sicher aus. Da ist ein Auto mit einer Alarmanlage. So viel ist schon mal sicher. Da will ich auf keinen Fall drauf. Eine 100 Dollar Note mit einer Karikatur von Benjamin Franklin. Geld hat in dieser Zeit keinen Wert, aber die Zeichnung auf dem Gesicht ist witzig. Ja, das hat nicht geklappt. Müssen wir bestimmt Anlauf nehmen. Wohl... Macht's gut! Ich bin weg! Kletter hoch! Kletter hoch! Komm schon! Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier! Und... Spring! Okay. Okay, okay, okay. Die kommen sogar nach. Oder wie mir gesagt, die rollen sogar nach. Boah, die kommen ja alle nach von da. Jetzt noch da runterfallen, wäre auf jeden Fall tödlich. Oh! Boah! Der Ausweis eines Fremden. Sein Name lautet... J.W. Gacy. J.W. Gacy. Okay. Mehr gibt's hier nicht zu holen. Also, wieder raus. Okay, der nennt die Zombies hier wahrscheinlich Schatten, wenn ich das gerade richtig gedeutet habe. Kann man hier noch was machen? Vielleicht? Da unten ist ein Gang. Also, ich hab das mit den Leitern wirklich noch nicht so raus. Kann man jetzt da runter oder nicht? Okay, das sollten wir vielleicht nicht machen. Kann mir mal einer sagen, wie man hier Leitern runter geht? Ach, weißt du was? Dann eben nicht. Wenn Leitern das einzige Problem in dem Spiel für mich sind, dann bin ich ja noch recht zuversichtlich, dass wir das vielleicht überleben werden. Ja. Ich kann hier etwas hören. Ja. Ja. Und setz. Ich verstehe nicht, Mann. Wenn er schon tot tot ist, wo wir brauchen ihn? Die Kraft muss sein, dass wir ihn sehen müssen. Sie sollten wissen, dass wir ihn behaupten haben. Wer? Die Sachen? Nein, ich meine die Survivoren. Besides, was du überhaupt nicht interessiert? Orders oder Orders? Komm, lass uns gehen. Oh Gott! Das kostet viel! Hey, Mann. Was letzte Mal? Bricklayer's house or Carpenters house? I bet you a hundred bucks you can't stop it. Uh, Carpenters? Ha ha! Listen, wenn jemand asks you something like that, you just answer, the toughest house is the Gravediggers. All Gravediggers will last forever. Till fucking Doomsday, you asshole! Ha 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 ha! Ohh. No! 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 As separations! ok wie es aussieht sieht es nicht gut aus ja das würde mich allerdings auch mal interessieren wenn solche befehle kommen und man sieht auf jeden fall schon ängstigend aus mit den untoten die ja an der tankstelle rumhängen ein blaues taschentuch darauf steht etwas geschrieben das neue gesetz ok dann haben wir erstmal den chaos gemacht dem typen ist auch nicht mehr zu helfen ja dann kommt her ach so die waren ok gut die waren noch ein bisschen hinter mir ja davon kann es auch ausgehen und jetzt hier rüber moment dann kommt doch mal her meine lieben ja komm schon so ist gut mit axt mit der axt ich wollte dagegen laufen und man die sind ganz schön schnell aber solange sie hier noch nicht hochklettern können bin ich noch relativ sicher dann wollen wir doch mal weiter gucken nicht da hoch nein ok hier kann ich aber auch nichts mehr machen ach wie wärs mal mit ducken kann der sich nicht hör doch auf immer wieder ok moment ha hat doch wunderbar geklappt dann müssen wir uns auch nicht immer mit jedem anlegen ok da müssen wir durch ist hier noch irgendwas drin nein sollen die sich ja unten ruhig die köpfe einhauen das kann mir egal sein ok ich kann keine zombies sehen ja das sieht wohl ganz danach aus und dann müssen wir es 再instellinen wo laufen was gut inhib ba sch zt 政治 eled Vielen Dank.